Hi Leute und willkommen zurück zu Octopass Traveler 2. Wir waren beim letzten mal in der Arena unten und ja, ich sehe gerade Drücker Plus um den Reisgesprächen zu lauschen. Dann machen wir doch das mal. Das haben wir glaube ich auch noch nicht wirklich gemacht. Ein Arena, sowas ist nichts für mich. Geschäfte sollten allen zum Reichtum verhelfen. Auf das Leben eines anderen setzen bereichert aber nur eine Seite. Ja, hier fließt unnötig Blut. Wirklich hervscheulich. Wissen Sie sich den gleich umbringen? Warum machen Sie stattdessen keine Schaukämpfe? Sie könnten Ihre Technik zum Besten geben. Eine wirklich gute Idee. Vielleicht könnten Sie einander sogar noch etwas beibringen, wie in einem Übungslager. Das würde ich sofort unterschreiben. Es gibt so viele Möglichkeiten, diesen Ort sinnvoller zu nutzen. Okay, können wir also nur ab und zu machen scheinbar und nur bestimmten Leuten. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir sollen wieder nach unten. Es hieß, wir können uns noch ein bisschen vorbereiten. Jetzt bin ich rausgerannt. Ich wollte noch unten. Ich gehe vielleicht doch noch mal irgendwie mehr Klamotten kaufen. Ja, vielleicht kann er es gebrauchen. Auf jeden Fall Verteidigung, weil der andere hat ganz schön Schaden gemacht und wenn wir gegen diesen Bandulum ankämpfen müssen, glaube ich, haben wir es nötig, wird auch noch besser dazu stehen. Moment. Hier können wir übernachten. Hier können wir irgendwie was kaufen. Kaufen. Okay. Kriegen wir auch noch Stäbe? Wer will denn Stäbe? Alles. Okay. Ähm, Hikari. Oh, warte, 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 warte. Spitzer Hut. Sternenhut. Das würde sich lohnen. Maximal FP-Steig, physische Verteidigung und Elementarverteidigung. Gar nicht so verkehrt. Kriegst du. Einmal kaufen. Ja. Ausrüsten. Hikari. So, dann haben wir den Fehlermantel. Der wäre schon besser. Moment, der Fehlermantel hat aber physische Verteidigung. Hä? Sind das zwei verschiedene Sachen? Ich verstehe nicht, was die Beikarge gerade passiert. Warum ändern sich seine Standwerte? Standardwerte. Magiergewand. Ach, das ist physisch Verteidigung? Das ist Elementar. Okay, jetzt checke ich es gerade. Diese Reihenfolge ändert sich. So, physisch 224. Hier ist physisch 224. Okay. Elementar. Das heißt, das Ding bringt einiges mehr, wenn ich auf physisch gucke. Ich habe 231. Gehen wir auf 279 hoch. Dann kaufe ich mir das nochmal. Auch wenn es jetzt so teuer ist. Das ist mir egal. So. Das hier wird noch Max FP bringen. Brauche ich glaube ich aber nicht. Leider gibt es keine Schwerter. So. Gut. Jetzt habe ich mich vernünftig ausgerüstet. Leider kein anderes Schwert, aber wenigstens eine richtig geile Rüstung. Jetzt traue ich mich auch darunter. Die Karri zeigt, was du drauf hast. Mach sie alle fertig. Moment. Da fällt mir ein Heilung. Eine Hand. So. Schick. Gut. Gehen wir mal da rein und machen sie alle fertig. Einen nach dem anderen. Welche Tageszeit? Eigentlich ja. Hier unten macht das keinen großen Unterschied, oder? Okay. Nacht ist wahrscheinlich besser für uns. Ist denn wirklich Nacht? Ich sehe das gar nicht. Aber laut Lichteinfall müsste das jetzt Nacht sein. Ja. Fackeln sind an und alles dunkel. Bei der Nacht haben wir eigentlich die Vorteile. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch in Gebäuden zählt. Aber na gut. Ähm. Hi. Okay. Du willst dich also im Kampf versuchen? Ja. Und das Schiff. Chub dich nach Herzenslös aus. So. Muss jetzt eher alleine kämpfen, oder wirklich als Gruppe? Okay. Ja, alleine wahrscheinlich. Durch drei. Er sagt Snake und da steht Affe. Schön. Let's put him in the ground. Ich habe nicht mehr Zeit für das. Ich werde dich alle auf einmal treffen. Hm. Drei auf einmal. Du willst gegen uns alle auf einmal kämpfen? Einen herrlichen Humor hast du. Okay, dann äh. Okay, dann äh. Bäschen wir euch weg. Drei Stücke, ey. Oh Mann. Dich mache ich als erstes fertig. So, wir haben ein Schwert. Ihr habt nur... ...eine Lanze. Ja, die Rüstung, glaube ich, tut ihr einen Teil. So, ich habe noch eine Lanze. Lanze war auch gut gegen die Axt. Schwert gegen Schwert wird wahrscheinlich neutral sein. Schätze ich. So, Schwert. Zweimal brechen, perfekt. Wow. Nett. Ey. Wie seid ihr, Marie? So, dann Lanze. Nein. Einmal reicht. Reicht eigentlich. Okay. Schon ein bisschen unfair, als wir zu dort gekämpft haben. So, noch einer da. So, ich bleib bei einem Schwert mal. Leider nein. Okay. Äh, ich werd mal... ...ja, genau. Äh, Objekt, Heiltrauge. So, probieren wir mal die Lanze. Ach, die trifft. Okay. Lanze ist auch ein Schwert, scheinbar. Ah, perfekt. Mutkraut und Feuerseelenstein. Dass wir eine neue Rüstung gekauft haben, war echt super. Das war eine Rüstung. Das war eine Rüstung, mein Prinz. Es war eine Farce. Meine Opponenten waren verabschiedet. Verabschiedet oder nein, deine Verwaltung hat dir das Recht gewonnen, um dein Leben zu wagen. Wenn du eine reale Kampf möchtest, dann hast du es. Und du bist wahr. Hm, toll. Wir können auch einfach zu uns kommen, wir besiegen den Gegner und belohnen ihn dafür. Aber gut, vielleicht darf er wirklich nicht aus der Stadt. Äh, was sollte das denn bitte? Oh nein, mein Herr, wir können noch nicht mehr kämpfen. Bitte, gib uns unsere Freiheit. Lass uns zu unseren Häusern zurückkommen. Bandelein. 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 Die Schwerer aus dem Westen stand auf der Beine. Wer wird seine Freiheit? Bandelein. 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 Die Ärmsten. Oh. Zu früh wieder gerückt. Ach, Mann, oh. Die Ärmsten. Jetzt wird er für den nächsten Kampf gewappnet. So, das heißt... Oh, Fertigkeiten. Wer denn jetzt... Oh, perfekt. Reicht genau. Verweiler. Erhöhe für drei Runden deinen physischen Angriff. Zähl für drei Runden. Gehen wir schnell Einzelangriffe auf dich. Na gut. Hier drin bringen wir das nächste. Dann bringen wir das hier wahrscheinlich mehr. Na, komm. Sehen wir das. So. Das nochmal. Latenzstärkung. Hier wird die Menge der latenten Kraft, die ihr Träger erhält. Okay, dann kriegen wir das öfter. Öfter wieder voll. So, ich wollte nochmal kurz Heilung gehen. So, gut. Melden wir uns wieder an. Was war für den Kampf? Ja. Alles klar. Die Zuschauer gelistet erst nach Blut. Enttäusche sie nicht. Hm. A new face. Er scheint zu sein aus dem Westen. Kuh, vielleicht. Es dauert eine schrude Minderung, um eine Szene zwischen dieser Unternehmen zu gewinnen. Ich würde mich interessieren, deine Gedanken zu wissen. Ich versuche dir, ich bin nur hier wegen der Gräse der Glück. Das ist ein Schrodinger, er weiß, dass er uns verrückt. Ich versuche sie, und die Gewinner werden, wenn ich ein Schrodinger bekomme. Jetzt, wer du in deine Hoffnung wirst, Zettel der Butcher, oder die Schrodinger aus dem Westen? 800,000 Leaves auf Zito! 1,2 Millionen Leaves auf Zito. 2 Millionen Leaves auf Zito. Wo hat er denn so viel Geld her? 1,2 Millionen Leaves auf Zito. 2, 3öd Heye. 4,5 Millionen Leaves aufいくzvak throat. 4,5 Millionen Leaves auf einenskimulasten. Bis zum Ach équipf focus votre тел Kazzan und ist dein, 5 Millionen Leaves. Ah, nur der unten rechts hatte. Jetzt noch nichts gesagt. Vielleicht wettet er einfach nicht mit, aber wir können von daraus zugucken. Wettet ihn, Zito! Ich habe viel mit dir auf dich. Tehre ihn raus und zeig ihn zu uns! Warum bist du hier? Weil ich mich zu sein. Nicht persönlich, aber das ist nicht vorbei, bis wir einen von uns sterben. Diese Präsidung hat Angst vor mir. Ein Gleiderator, der mit seinem Eisenklauen gnadenlos gegen Gegnern niedermetzelt. Einst war er ein stolzer Soldat, musste aber in Folge von Schulden in Boreons Dienste treten und geht nun seinen blutigen Handwerk nach. Okay, dann... Jetzt kriegst du es mit mir zu tun. Diesen Kampf überlebt nur einer von uns. So, wir machen erst mal Schwert, okay. Passt schon. Oh, wie schlecht der Schaden, den er macht. Das ist denn immer schneller als wir. Das ist wirklich immer schneller als wir. Wow. Was soll denn das? Dann halt so. Ah, da sind wir schneller. Oh, schön, dass die oben da noch zu sehen sind. Na toll, jetzt werden wir noch wieder lang sein. So ein Sack. So. Er ist gelb, aber ich werde trotzdem noch einmal heilen. Ich brauche das. Sicher, sicher. Okay. Entschuldigung. Ich bin bereit. Jetzt beginnt. Ich kämpfe für mich. Es ist vorbei. Wir haben nicht mal seine Fähigkeiten genutzt. So, äh, gelernte Fähigkeit, Fessel. Äh, Effekt. Führt einen Speerangriff auf einen Gegner aus und verringert für drei Runden sein Tempo. Das klingt doch gar nicht so schlecht. Warte, was war das? Speer. Okay, Speer. Führt einen Speerangriff auf einen Gegner aus und handel in der nächsten Runde als erster an. Das kann man gut tauschen. Das kann man gut tauschen. Die anderen wissen nicht, dass er, ja, der Prinz quasi war und immer viel trainiert hat. Busten, Busten, Busten. Ich habe dir gesagt, das ist nicht vorbei, bis ein von uns zu sterben ist. Ich bin bereit, um mein Leben zu bekommen. Kill! Kill! Kill ihn! Kill ihn! Hikari... Oh nein, sein Blut! Wieder... Das Blut zieht es aus. Wie lange planst du, den Teil des nobelen Warrior zu spielen? Ich bin bereit, Hikari. Ich weiß dich besser als jeder, Hikari. Ich bin bereit, Hikari. Du hast eine Angst, die niemals zu sein können. Zeig sie, Hikari. Zeig sie, dein Gesicht zu verbrechen. Ich bin bereit, Hikari. Nein, du bist falsch. Du hast keine Ahnung, wer ich bin. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Wir sind fertig. Geh weg! Du bist schweig! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh! Geh weg! Ihr seid sicher, alle werden zu Recht gelegt. Unsere Heroin werden euch alle die Gewalt, die ihr mögen. Der Scharfrichter. Du! Du kannst das nicht aufhören, Schwarzmann. Du hast bereits gewonnen. Wenn du dich kämpfst, werde ich deinem Gegner. Du bist ein interessanter. Deine Augen. Deine Augen. Sie schauen nach dem Precipice des Todes. Du hörst gut, Schwarzmann. Todes Todes. Todes Todes. Und ich werde dich in die Erreignung. Ich werde dich in die Erreignung. Gut. Morgen, dann. Spannend deinen finalen Tag. Ich werde dich in die Erreignung. Mit meiner Schwarz, in dieser Erreignung, wird die Blut gebeten. Bandelein! 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 Ich freue mich auf, wie du betestest. Bandelein! Bandelein! Wie ich bin. Wie ich bin. Aber ich werde dich mit ein wenig Wissen. Die Schwarzmann der Westen nicht schweig. Beweist. Nämlich! Mit 50... 100... 250 Millionen kann er sich jetzt hier nicht frei... kriegen, oder was? Muss er echt hohe Schulden haben. Ich bin gut, mein Prinz. Wir haben eine goldene Möglichkeit gegeben. Gehen gegen die Heroin der Arena und werden wir für Leben werden. Ich habe keine Planung auf verlieren. Ich habe nur die Worte, die ich zu hören wollte. Meine Schuld werden bald gegründet. Du bist ein schlechtes Leer, Kazan. Du schnappst dein Kup. Versteckst dein Glas? Obwohl es ein Trinker ist, oder was? Ein Teller, den du so lange hast, wie ich dich kennengelernt habe. Es ist eine Schmerz in deinen Augen. Etwas, das ich noch nie gesehen habe. Was hast du plodiert, Kazan? Kannst du die Glück und die Krieg finden, mein Prinz. Da hängt auf jeden Fall was aus. Kann ich mir noch irgendwie ein Schwert holen? Ne, ne? Gab es ja irgendwie keine Schwerter. Na gut. Wir machen das Verschluss für heute. Wir werden beim nächsten Mal den finalen Kampf bestreiten. Ich werde mal kurz die Heilung raushauen hier. Aber hier, die auch noch mal heilen. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.